Hallo zu einer neuen Folge Among Us, wir haben mal wieder zwei Verräter. Ja, das wird immer wieder lustig. So, wo muss ich hin? Wir verlieren aber eh wieder. Die Guten verlieren eh immer und ich bin sehr eh nie. Ich bin nie der Verräter, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ausgestellt habe, der Verräter zu sein. Die anderen zwei rennen da weiter. Sus kommt dann gegen. Okay, die anderen zwei sind auch da. Aber wir haben ja letztes Mal gelernt, das kann ja alles fake sein. So, der Chris kommt da hin, der will mich bestimmt killen. Okay, die sind auch schon wieder da. Wir rennen alle einfach auf einen Haufen, das ist nicht cool. Wo muss ich hin? Hoch. Ich schaue dann gleich mal dahin, ob irgendjemand gekillt wurde. Was ist denn das? Wie soll ich hier irgendwie gerade herausfinden, ob irgendwer daran stirbt? Oh Gott. Danke für diese erfolgreiche Aufgabe. Chris ist auch da. Schauen wir mal nach da oben, ob da irgendwas ist. Nein. Okay. Ach, wenn ich die Leute halt immer nicht sehe. Ich habe halt gerade gar keinen Verdacht. Aber ich habe auch noch keine Leiche gefunden. Vielleicht bin ich ja die erste Leiche, das ist schon wieder Chris. Ja, chillt mal. Mach ich schon. Ich muss hier so viele aufhören. Komm, sabotieren, okay. Oh Gott. Eins, acht, sieben, zwei, null. Okay, Anni steht da einfach nur rum. Interessant. Ähm, wo muss ich hin? Da unten, okay. Der kommt hier einfach so aus dem Raum raus. Ich weiß nicht, ob schon irgendwer tot ist. Wahrscheinlich schon die ganze Mannschaft tot, nur ich lebe noch. Und die zwei Verräter. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Da kann ich da oben liegen. Da bin ich aber niemand. Schaut auch immer, ob hier irgendwo schon Leichen rumliegen. Ich meine, ich bin eh immer so blind durchs Leben gegangen. Und dann kann man da auch mal aufpassen. Ach, nicht da oben schon wieder. Ja, wer ist da oben jetzt halt und macht nichts? Ach. Sass. 00434. Leiche gemeldet. Uh, da ist aber viel gestorben. Also, ich habe Sass hier oben gesehen. Ich habe die ganzen Leute nicht gesehen. Der ist gleich hier rübergangen. Also, er hat es nicht reportet, die Leiche. Ich habe es nicht reportet, ja. Stimmt. Was? Aber... Das ist verdächtig. Das ist wirklich verdächtig. Ja. Aber es könnte der Lukas Queen sein. Das hast du es. Nee, der war mit mir oben. Also, ich glaube es eher nicht. Der war gerade oben und hat dieses Leuchtdings ausgeschalten. Ach, das scheiße. So, er fliegt raus, war es. Er ist raus. So, er war jetzt gar nicht der Verräter. Ach, du scheiße. Ich bin hier gerade mit zwei Verrätern. Das sollte mir bewusst sein. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Aber warum geht der an der Leiche vorbei? Macht sich das Alter nicht bis kaputt. Wer ist denn das schon wieder gewesen hier? Achso, ich muss alles zum Leuchtenbringer. So, der rennt gerade auch irgendwie mehr. Vielleicht ist es auch eine Leiche, ein Geist von irgendjemand. Ich glaube, ich bin eh gleich tot. Also, keine Ahnung. Die Verräter gewinnen irgendwie immer. Da ist der Stressi. Ja. Habe ich mir doch gedacht. Hallo, Hilfe. Hier liegt eine Leiche. Ach, der magst du, Alika. Hier sind auch alle da. Ach nein, der Stressi. Hier war so ruhig, als wir das gemacht haben. Ich hätte es mir denken müssen. Nein. Der Dämon. Der Dämon ist es, weil der nichts mehr bei einer Offenwehr. Irgendwann hat man eine Leiche gemeldet. Ich habe Leila gefunden. Und zwar da war ich mir vom Kommunikations raus. Er ist so ein Verräter. Da habe ich mich noch gesehen, ja. Ich war auch beim Reaktor. Scheiße. Ja, natürlich. Aber Stressi ist auch einer. Ich glaube, der Stressi war. Nici. Ja, er ist raus. Ja, ich habe gedacht, dass der Stressi war. Ja, aber wie ist es, Maxalike? Warum kommt es jetzt eigentlich nicht da, Leila und Dämon und so weiter? Das ist irgendwie unfair. Keine Ahnung, ich war noch nie Verräter und wir haben jetzt schon 10 Runden gespielt. Das gibt es doch gar nicht. Ja, ich war noch nie. Vielen Dank. Vielen Dank.